Ethereum ETFs zugelassen. Wie kann man investieren? Endlich ist es soweit. Nach jahrelangen Bemühungen, jahrelangen Bemühungen und Anträgen hat Regulierungsbehörden nun Ethereum ETFs zugelassen. Dies öffnet Wochen für interessierte Investoren neue Türen und bringt frischen Wind in die Kryptowelt. Doch wie genau funktioniert das Investieren in Ethereum ETFs und was sollten Anleger beachten? In diesem umfassenden Bericht gehen wir den wichtigsten Fragen auf den Grund. Was ist ein Ethereum ETF? Ein ETF, Exchange Traded Fund, ist ein Investmentfonds, der wie eine Aktie an der Börse gehandelt wird. Der Fonds spiegelt die Wertentwicklung eines Basiswerts wider, in diesem Fall Ethereum, eine der führenden Kryptowährungen. Ein Ethereum ETF wird also die Preisentwicklung von Ethereum nachbilden, ohne dass Investoren die Kryptowährung direkt kaufen oder verwalten müssen. Warum sind Ethereum ETFs wichtig? Die Zulassung von Ethereum ETFs stellt einen bedeutenden Meilenstein für den Kryptowährungsmarkt dar. Ethereum ist nach Bitcoin die zweite Kryptowährung und hat Innovationskraft in den Bereichen DeFi, die zentrale Finanzen und Smart Contracts bewiesen. ETFs bieten eine einfachere Möglichkeit, in Ethereum zu investieren, da sie viele der technischen Hürden und Sicherheitsbedenken, die mit dem direkten Kauf und der Aufbewahrung von Kryptowährungen verbunden sind, umgehen. Wie kann man in Ethereum ETFs investieren? Das Investieren in Ethereum ETFs ist ähnlich wie bei anderen börsengehandelten Fonds. Hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Broker-Konto eröffnen. Zunächst benötigt man ein Konto bei einem Broker, der den Handel mit ETFs ermöglicht. Große Online-Broker wie eToro, Fidelity oder Robinhood bieten oft bereits eine Vielzahl von Kryptowährungs-ETFs an. Passenden ETF finden. Es wird immer wichtiger, sich vor der Investition über die verschiedenen verfügbaren Ethereum ETFs zu informieren. Unterschiede in den Gebühren der Verwaltung und der Replikationsmethode sind entscheidende Faktoren. Investitionsbetrag festlegen. Bestimmen Sie, wie viel Geld Sie investieren möchten und teilen Sie es dementsprechend auf. Denken Sie an Diversifikation. Investieren Sie nicht Ihr gesamtes Kapital in einen einzigen ETF. Order aufgeben. Geben Sie eine Kauforder über das Broker-Portal auf. Sie können entweder eine Market Order zum aktuellen Marktpreis oder eine Limit Order zu einem von Ihnen festgelegten Preis wählen. Risiken und Chancen von Ethereum ETFs. Wie bei jeder Investition gibt es auch bei Ethereum ETFs sowohl Chancen als auch Risiken. Ein wichtiger Vorteil ist die Diversifikation. Anleger erhalten Zugang zur Wertentwicklung von Ethereum, ohne selbst Ethereum kaufen oder verwalten zu müssen. Zusätzlich bieten ETFs oft eine höhere Sicherheit durch die Einhaltung regulatorischer Standards und die Verwahrung durch professionelle Institutionen. Chancen. Wachstumspotenzial von Ethereum und der DeFi-Industrie. Einfacher Zugang zu Kryptoinvestitionen. Regulierter und sicherer Investitionsweg. Risiken. Hohe Volatilität von Kryptowährungen. Management, Gebühren und Tracking. Abweichungen. Regulatorische Unsicherheiten. Bekannte Anbieter von Ethereum ETFs. Bislang gibt es mehrere bedeutende Player im Bereich der Ethereum ETFs. Hier sind einige der bekanntesten Anbieter. Grayscale Ethereum Trust. Grayscale ist einer der führenden Verwalter von Kryptowährungsinvestmentfonds und bietet einen weit verbreiteten Ethereum Trust. VanEck und SolidX. Diese beiden Unternehmen haben gemeinsame Anstrengungen unternommen, um Ethereum ETFs auf den Markt zu bringen, die speziell für institutionelle Investoren zugeschnitten sind. Bitwise Ethereum Trust. Bitwise ist ein weiterer bekannter Anbieter, der sich auf Kryptoindex-Fonds spezialisiert hat und ebenfalls Ethereum ETFs im Programm hat. Regulatorische Aspekte. Die Zulassung von Ethereum ETFs unterliegt strengen regulatorischen Anforderungen. In den USA beispielsweise genehmigt die Securities and Exchange Commission, SEC, nur ETFs, die als sicher und transparent gelten. Regulierungsbehörden in anderen Ländern setzen ähnliche Standards, um die Interessen der Anleger zu schützen. Die Zustimmung der SEC zu Ethereum ETFs zeigt das wachsende Vertrauen in Kryptowährungen, bietet jedoch auch Herausforderungen. Von den Fondsmanagern wird erwartet, dass sie eine genaue Buchhaltung und transparente Berichterstattung gewährleisten. Ebenso müssen sie sicherstellen, dass die Verwahrung der digitalen Vermögenswerte gegen Diebstahl und Hacks geschützt ist. Zukunftsaussichten und Fazit. Die Einführung von Ethereum ETFs öffnet eine neue Ära des Investierens. Sie machen Kryptowährungen massentauglich und bieten eine zugänglichere und sicherere Möglichkeit, in den vielversprechenden Markt der digitalen Währungen einzusteigen. Ethereum selbst hat, durch seine breite Akzeptanz im Bereich der Smart Contracts und DeFi, enormes Wachstumspotenzial. Die Marktanalysten sind optimistisch und erwarten, dass die Nachfrage nach Ethereum ETFs weiter steigen wird, insbesondere da institutionelle Investoren zunehmend Interesse an digitalen Assets zeigen. Allerdings ist es essentiell, als Anleger nicht nur den potenziellen Gewinn zu sehen, sondern auch die Risiken zu verstehen. Wie bei jeder Anlageform sollten Ethereum ETFs Teil einer gut durchdachten und diversifizierten Anlagestrategie sein. Letztendlich können diese Fonds eine wertvolle Ergänzung zu einem ausgewogenen Portfolio sein, insbesondere für jene, die an die langfristigen Erfolgsaussichten von Ethereum glauben. Quellenangaben, verschiedene Artikel und Berichte von Coindesk, Berichterstattung und Analysen auf Bloomberg, offizielle Pressemitteilungen der SEC. Autor Anita Farke für 22. Mai, 24.